Ja, das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist ja auch ein Thema. Das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist ja auch ein Thema. Ja, das ist ja auch ein Thema. Okay, jetzt haben wir mal, wenn wir nicht sitzen, die jetzt eher oben oder unten haben. Ja, ja. Okay, dann versuchst du noch ein bisschen tiefer einzustellen. Ja. Ja, setzt sich ein bisschen mehr hin und die sich schon mal auf, nicht mehr zu lassen. So ein bisschen raus, ja. So ein bisschen raus. So ein bisschen mehr runter bleiben. Auch mit der Hals noch runter bleiben. Du musst jetzt schon mal so ein bisschen hier an sich dabei machen. Ist ja jetzt auch schon genug abgewessen. Bleib nach links. Bleib nach hoch. Bleib nach hoch. Bleib nach hoch. Bleib nach hoch. So. 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 War das jetzt? Und jetzt, ja? Kommt vorne um den Windschwert, willst du den Wind? Okay, brauchst du den Stock im Moment? Nee, kann doch nicht, ist nicht drin. Also wir haben schon einen Aufsatz nicht mehr dabei, oder? Ja, wie immer. Ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Ja, mal wieder auf. Gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.